Servus, ich bin Christian, der Headshaper von der Tiroler Zugspitz Arena und ich verrate euch ein bisschen, was wir hier machen. Wir schauen uns alle Trails an. Jetzt gerade stehen wir auf dem Kubik-Alm-Trail. Das ist einer unserer roten Single-Trails. Je nach Trail säubern wir nur, wir richten, was man Reshape nennt, wir schneiden aus, machen Steine raus, erneuern Kurven und sind auch involviert in den Neubau, der in Zukunft kommt. Wir haben insgesamt zwölf Trails. An diesem Berg haben wir den Kubik-Alm-Trail, der startet ganz oben, wird dann in den Forest Isle und dann weiter in den Schlegel-Trail oder man entscheidet sich am Ende für den Bachtel-Trail. Und dann haben wir noch, das ist eins unserer Highlights, den Blindsee-Trail. Der startet hier im oberen Drittel nach dem Kubik-Alm-Trail und führt etwas außerhalb in den Ort Biberbier zum Blindsee. Im Bichelbach haben wir den Lichte-Trail und dann auf der anderen Bergseite ist der Ort Bärwang und da haben wir den Höhenweg. Wir haben einiges in Planung. Es sind momentan sieben Stück und wo wir ziemlich zuversichtlich sind, dass der Bau bald starten kann. Viel Spaß auf den Trails, Safety First, Ride On und bis bald in der Tiroler Zugspitz Arena. Danke. Danke.